Herzlich willkommen zum Singerin-Adventskalender. Heute am Nikolaustag singen wir mit dem evangelischen Kinderchor aus Gotha Lebensgeister das Lied der Bischof von Myra, die Nummer 6 in Durchhohes und Tiefes. Viel Freude und singen Sie mit! Komm uns zu den Märchen und halb ihnen sehr, sein Name war Niklaus Fassismus bekannt bei Großen und Kleinen im ganzen Land. Ein Freund der Kinder anhelfer in Not, so schenkte er Freude, so diente er Gott, so lasst auch heute die Freude ins Haus. Wir hören und singen von Myra, die Nummer 6. Den Abend, ich wachte, er wollte es raus, gab der volle Schütze, wo man beracht. Und ging es die Kleine und sprach, wenn man steht, dann stand er zur Seite und soviel für mich. Ein Freund der Kinder anhelfer in Not, so schenkte er Freude, so liebte er Gott. Drum lasst auch heute die Freude ins Haus, wir hören und singen von Nikolaus. Mit Bad feiern wir Weihnacht bei Jesus Christ, als Kind für uns Menschen geboren ist. Die Kleinen, die Schlafen, die Schlafen, die Schlafen in Not, so schenkte er Freude, so liebte er Gott. Drum lasst auch heute die Freude ins Haus, wir hören und singen von Nikolaus. Drum lasst auch heute die Schlafen, die Schlafen in Not, so schenkte er Freude, so schenkte er Freude, so schenkte er Freude, so schenkte er Freude, so schenkte er Freude. Gut, das sagte er Freude, so schenkte er Freude, so schenkte er Freude.